So, Verres, grüß dich. Ich würde einfach sagen, wir beginnen jetzt, bevor wir mit den Reactions auf das E-Juke-Interview und die ganzen Videos, die die hochgeladen haben, die wir uns noch nicht angeguckt haben, beginnen. Und mit anderen Reactions machen wir erst mal Tommys Coffee Talk. Das heißt, erst mal hier ein bisschen alle Fragen, die ihr habt, rein in den Chat. Ich schaffe es ja immer nicht, allen zu antworten leider. Vor allem jetzt nicht, vor meinem Urlaub hier. Deswegen immer rein mit die Fragen. Rein mit die Fragen. Robler rockt. Grüß dich, mein Lieber. Erste Nachricht hier im Chat. Skaldavi ist auch da. Ich bin aber gespannt, ob das mit E-Juke was wird. Das sind ja ganz wilde Gerüchte. Ich habe das sogar heute auf Twitter gelesen, da hat mich einer markiert, dass Hertha wohl tatsächlich für Alderete ein Preisschild von 15 Millionen rausgehängt hat. Das ist schon krass. Zu wie viel Prozent kommt Schimanski? Na, die Antwort kennst du doch selber, mein Lieber. 22 Prozent. Was arbeitest du genau, Dennis? Die Trollfrage überhaupt? Wann Onlyfans habe ich mich schon eingerichtet? Ja, kommt bald. Der unfassbare Content kommt bald. Tom, dein Tipp für den ersten Spieltag Union? Boah, das kann ich jetzt noch nicht tippen, Digga. Wir haben noch nicht mal den Kader zusammen. Ich würde gerne noch wenigstens die Testspiele abwarten, die ich ja wahrscheinlich sogar gar nicht alle sehen kann. Wenn ich im Urlaub bin. Aber die würde ich gerne noch abwarten. Ja, dann gebe ich gerne einen Tipp ab. Ich liege leider mit Corona zu Hause. Oh, gute Besserung. Also Corona ist wieder richtig am Start. Jeder hat gerade Corona, habe ich das Gefühl. Hoffentlich nicht so schlimme Nebenwirkungen einfach. Also ich kenne ganz, ganz, ganz viele, die gerade Corona haben. Die meisten haben jetzt nicht so schlimme Nebenwirkungen, Symptome. Dann ist es ja okay, aber es nervt halt trotzdem. Es wird schon wieder ein Winter, wo man nicht ins Stadion gehen kann. Ich sag's euch. Rückspiel gegen Union wird schon wieder gar nichts. Mario, du geile Sau. Danke für Stufe 2 Abo. Elf Monate bist du am Start. Vielen, vielen Dank, du geile Sau. Kurz vor einem Jahr. Grüß dich. Dann lach ich mir doch den Arsch ab. Klaas Berlin. Danke für dein Prime-Abo. Gerade erschrocken, dass Werbung kam beim Streamstart sofort zurück in die Abo-Falle. So muss das sein, ne? Aber nochmal, ja. Also bei YouTube könnt ihr euch beschweren. Es hilft aber nichts, weil ich die Werbung trotzdem schalte. Aber bei Twitch kann ich, also die würde ich sogar gar nicht schalten. Weil davon habe ich eigentlich gar nichts. Aber nun ja, die kann ich nicht ausschalten. Aber vielen Dank für 8 Monate, Klaas. Alter, Goldmann, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr großzügige Spende von 19,02 Dollar. Ich würde mal sagen, bei dem derzeitigen Umrechnungskurs, eigentlich ist der Umrechnungskurs gerade Dollar zu Euro, 1 zu 1, waren es bestimmt 18,92 Euro. So schätze ich den guten alten Goldmann auf jeden Fall ein. Ja, ich weiß nicht, womit die immer rechnen, mit was für einem Umrechnungskurs. Aber danke für 19,02 Dollar. 18,92 Euro. Sehr, sehr großzügig, du geile Sau. Auch schon Ewigkeiten hier in der Community und immer hart am Supporten. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Wo kann man den gestrigen Talk nachschauen? Entweder du bist Abonnent bei RealNiko, dann kannst du dir das schon reinziehen. Das VOD ist ja online. Oder du wartest bis morgen, dann müsstest du erst auf seinem Zweitkanal hochladen. Aber war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Talk, vor allem, weil wir drei Stunden geredet haben. Da lach ich mir doch den Arsch ab. Weil es sehr nett war mit dem Dortmunder Toxie. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und was auch cool war, einfach dieser Real Talk am Ende mal. Das war ja so quatschig. So müsst ihr euch immer die Telefonate zwischen Nico und mir vorstellen. Also nicht nur über dieses Thema, aber so frei raus. Ja, man will dann auch nicht in der Öffentlichkeit immer so frei rausreden. Aber es war irgendwie, der Vibe war irgendwie da. Der hat einfach gestimmt für so eine Dreiviertelstunde mal Real Talk. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dukem 51, danke für dein Prime-Abo. Dritter Monat am Start, klärt sich einer die Meisterschale. Bam. Wann ist das nächste Spiel? Samstag um 16 Uhr. Dementsprechend, ich habe Samstag noch einen wichtigen Geschäftstermin. Und danach würde ich direkt online gehen. Ich kann 14.30 Uhr sein, kann 15 Uhr sein, kann aber auch 15.30 Uhr sein. Das kann ich nicht abschätzen. Namen zusammen, habe leider nur Chat, weil mein Vodafone-Kack immer noch nicht geht. Seit Dienstag früh im Garten. Ja, Vodafone ist größter Müll. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Ich hatte sowohl zu Hause als auch auf dem Handy Vodafone, habe ich beides abgeschafft. Bei mir lief es auf beiden Seiten überhaupt nicht. Vor allem bei Vodafone war es so dreist, das würde auch gar nicht mehr gehen mit einem Stream. Gut, um die Uhrzeit streame ich jetzt meistens nicht, aber ich bin ja ein nachtaktiver Mensch, wisst ihr ja. Ich bin sehr, sehr lange wach, gucke dann Fernsehen und arbeite nebenbei. Und bei Vodafone war es bei mir immer so, dass ab drei, immer wenn ich so irgendwas gestreamt habe, ob das jetzt Netflix oder Amazon oder so war, immer ab drei Uhr nachts ging einfach das Internet nicht mehr. Jeden Abend, jeden Abend ging es einfach nicht mehr. Dann habe ich das gegoogelt und so weiter und dann stand da, dass sie die Bitrate einfach um die Uhrzeit kürzen, weil sie davon ausgehen, dass nicht so viele online sind. Ja, aber was bringt mir das, wenn ich dann mein Internet nicht mehr nutzen kann nachts, ja. Und dann habe ich da eine übelse Beschwerdemail hingeschrieben und fristlos gekündigt und meinte, ja, ich bin darauf angewiesen, weil ich kann nur nachts arbeiten und so weiter. Das war eine richtige Frechheit. Laberkeks, danke für dein Prime-Abo, zweiter Monat am Start. Herzlich willkommen in der Abo-Fahle, mein Lieber. Oha, Futter nach und Tom ist schon online. Was passiert hier? Ja, kannst du mal sehen, ey. Wir waren schon um 20.54 Uhr bin ich online gegangen und um 21.08 Uhr, ja, war ich da. 20-Euro-Donation habe ich doch schon mich bedankt, mein Lieber. Oder ist das noch veraltet hier im Chat? Goldmann ist Legende, der Erste, der mir ein Prime-Bub, du meinst wohl ein Sub-Groove, geschenkt hat, noch auf meinem ersten Account. Ja, Goldmann ist schon ewig dabei und macht immer wieder seinem Namen alle Ehre. Man merkt, dass du, Nico und Kesti, euch sehr gut verstehen, da ihr auch gut über andere Themen redet, finde ich sehr cool zum Zuschauen. Danke dir, mein Lieber. Ja, das finde ich auch wichtig. Natürlich wird man auch mal Talks haben, gerade wenn ich diese Spieltag-Talks mache, versuche ich ja immer einen gegnerischen, das wird jetzt mein Ziel sein, ich versuche jetzt immer einen gegnerischen YouTuber vielleicht zu bekommen, um vorher mit dem zu sprechen, wenn es da einen gibt. Da wirst du jetzt nicht jedes Mal direkt so eine Ebene haben, aber mit den beiden habe ich eine sehr gute Ebene und vor allem eben auch mit Nico schon ewig. Sicher, dass sich dein Router zu der Zeit nicht resettet hat? Manche machen das nämlich, nee, weil ich habe den Router dann auch immer resettet und es ging trotzdem nicht. Es ging dann trotzdem nicht. Es war wirklich immer so von drei bis sechs Uhr, dass ich fast gar nichts machen konnte. Welchen Spieler wünschst du dir unbedingt für Hertha? Ich habe gar nicht so einen einzelnen Wunschspieler eigentlich. Schimanski fände ich schon ganz cool, aber ich will einfach, dass wir eine Truppe sind, die homogen funktioniert. Ich habe es mir abgewöhnt, so zu träumen auf einzelne Spieler, weil am Ende geht es eh nicht in Erfüllung oder der Spieler floppt dann extrem oder so. Mal sehen, ob das Phänomen der Hertha-Spiele auf die Saison übertragbar ist. Wenn man von Hertha nichts erwartet, gewinnen sie und wenn man daran glaubt, verliert Hertha. Momentan glaubt keiner an Hertha, kann also nur gute Saison werden. Ja, doch, ein paar glauben schon an Hertha. Es gibt schon viele, die jetzt auch wieder hyped sind. Ich bin ja auch hyped, aber ich erwarte einfach nichts mehr. Also ich habe keine, ich habe jetzt nicht so, dass ich hier sitze und sage, also diese Saison muss es besser werden. Ich rechne einfach schon damit, dass wir wieder im Abstiegskampf landen. Suchst du schon einen gegnerischen YouTuber für den ersten Spieltag? Ich glaube, es gibt keinen für Union. Ich glaube, da gibt es keinen, sonst würde ich es machen. Aber da kenne ich keinen. Ich wünsche mir Draxler. Hör mir mal auf. Alfred Draxler vielleicht, ja. Als Konditionstrainer, das war es aber auch. Ich bin weiblich, aber das macht nichts. Oh, Laberkeks, tut mir leid. Dann vielen Dank, meine Liebe. Oh, Herr Professor Dr. Metana flankt hier Subgifts raus und dann haut er wieder ab oder was? So geht es aber auch nicht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, mein Lieber. Und mach es gut, ja. Augsburg und Bochum werden sang- und klanglos absteigen, da sind wir sicher. Meinst du Augsburg? Du weißt ja gar nicht, wie der Trainer ist, oder? Das ist halt so die große Unbekannte bei Augsburg. Bei Bochum bin ich mir eigentlich auch sicher, dass jetzt das schwierige zweite Jahr kommt. Fährst du nach Braunschweig zum Spielen? Nee, auf gar keinen Fall. Erstmal ist es ein Sonntag. Und zweitens werde ich erst Mitte der Woche, in dieser Woche wiederkommen. Und ich werde überhäuft werden mit Arbeit. Weil, wie gesagt, habe ich ja gestern schon mal gesagt, wenn du selbstständig bist und nicht Unternehmer und noch tausende Mitarbeiter hast, dann hast du vor deinem Urlaub unfassbar viel zu tun und nach deinem Urlaub unfassbar viel zu tun, weil dir ja die Arbeit keiner abgenommen hat. Welchen Spieler, den wir in den letzten fünf Jahren abgegeben haben, würdest du wieder zurückholen? Voraussetzung wäre, dass wir ihn uns leisten können. Hm. Also, ist es jetzt egal? Wir gehen jetzt davon aus, dass wir uns jeden leisten können? Oder du meinst, wen wir uns jetzt in der jetzigen Situation leisten können? Ja, das weiß ich ja nicht, was wir uns leisten können. Ich bin ja auch sehr verwundert über Augsburg. Ich weiß nicht, was wir uns leisten können. Natürlich wäre Lazaro interessant. Andersrum hat Lazaro bei drei verschiedenen, nee, vier verschiedenen Klubs nicht richtig funktioniert in den letzten Jahren. Also, wer sagt uns, dass er vielleicht überhaupt noch mal zu alter Stärke bei uns zurückfindet? Das weiß man ja gar nicht. Er ist ja auch so ein typischer Wingback, so ein typischer... Der in der Fünferkette gut funktioniert. Ja, weiß ich nicht, ob der so realistisch ist. Ibizevic fand ich ganz gut. Ja, ich weiß nicht, so... Natürlich am liebsten in den letzten fünf Jahren Kunja, aber das ist ja völlig unrealistisch. Also, ich sehe da keinen realistischen, den man so zurückholen könnte. Ich habe auch ein bisschen einmal abtürnt gegen Spieler, die dann gegangen sind. Also, ein Cordoba würde uns sicherlich auch helfen, aber keine Ahnung, ob ich jetzt so Bock auf den habe. Ja, Andrej Duda, puh, weiß ich nicht. Also, die letzte Saison von ihm hat mir auch nicht mehr so gefallen. Am Ende hatte er bei uns zwar auch eine schwierige Zeit wegen seiner Verletzung, gerade am Anfang. Der war ja gefühlt das erste Jahr komplett verletzt, aber bei Andrej Duda ist irgendwie so... Keine Ahnung. Also, eigentlich, wenn du jetzt mal auf die Bundesliga-Karriere von ihm zurückgehst, hatte er mehr schwache Saisons als gute. Dafür hatte er bei uns eine überragende, wo wir da auch 2-0 gegen Bayern gewonnen haben. Aber weiß ich jetzt nicht, ob ich den unbedingt zurückholen würde. Kalou wäre natürlich krass. Ich habe ja, wie gesagt, neulich mir nochmal, das könnt ihr euch bei HerthaTV angucken, alle Tore von 2018 angeguckt. Und Kalou war schon eine Maschine. Also, selbst, der war jetzt auch nicht der Größte, aber der hat ja auch ein oder ein ums andere Mal ein geiles Kopfballtor erzielt. Also, der ist schon in Ordnung gewesen. Und das muss man sich mal angucken, wenn man sich mal so den, können wir gleich mal machen, den Kader anguckt von 2018. Wir haben einfach gar nicht gemerkt, das war so ein schleichender Prozess, wie viele Leistungsträger wir Stück für Stück immer abgegeben haben. Das war ein Lazaro, auch damals ja ein Weiser, ein Ibizevic dann irgendwann, einen Kalou. Das war so ein Skellbrett. Wir haben so viele wichtige Spieler abgegeben auf die Zeit und haben die eigentlich nicht so richtig ersetzt bekommen einfach. Es ging ja um die letzten fünf Jahre, da hat weder Ronny noch Jerome Boateng gespielt. Ich fand Cordoba auch gut. Das Einzige, was er nicht konnte, war Pässe spielen. Also, das war ja ganz, ganz gruselig, sein Passspiel. Lustenberger war auch ein Verlust, aber das ist schon ein bisschen länger her, oder? Ne, wie lange ist denn das jetzt her, dass Lustig gegangen ist? Aber der war auch eine richtige Größe am Ende. Besonders hart war, als unsere Flügelzange Lecky und Essie gegangen sind, das haben wir nie kompensieren können. Ja, sowieso nicht. Aber ey, ich hab mir, guck dir mal die Tore von 2018 an, Lecky hat trotzdem ein, zwei geile Tore gemacht. Zwei, drei gute Aktionen, der war ja auch scheiße, aber zwei, drei gute Aktionen hat er gemacht. Und ganz ehrlich, schlechter, ach, weiß ich nicht, werden wir ja sehen. Aber wenn ich dann mir Lee oder einen Sona angucke, da sag ich ganz ehrlich, nehm ich Lecky wieder zurück. Ganz ehrlich, Grujic, ja, der war schon krass. Also der war auch schon eine stabile Säule bei uns, aber der war auch immer so, der war ab und an so abwesend. Aber dafür war er auch relativ torgefährlich, ja, war schon okay. Aber für das Geld, was er gekostet hätte, hätte man den niemals holen müssen. Radonjic, ja, hab ich jetzt völlig vergessen. Ja klar, das brauche ich auch gar nicht mehr erwähnen. Radonjic hätte ich sowieso sehr, sehr gerne. Und der ist immer noch nicht durch, der Wechsel, oder? Ist der jetzt mal fix vermeldet worden zum AC Turin oder ist immer noch nicht durch, glaube ich? Lecky hatte am Anfang in irgendeiner Saison mal fast jedes Spiel getroffen. Ich glaube, es waren drei Spiele und es war in der Saison, wo er von Ingolstadt zu uns gewechselt ist. Aber eigentlich wusste man trotzdem, der überperformt jetzt. Also ein paar Leute waren dann übertrieben hyped. Aber eigentlich hätte man das wissen können, dass das nichts wird. Wo lagerst du deine Hertha-Trikots? Ganz normal im Schrank. Aber ich habe auch gar nicht mehr... Doch, ich habe die noch. Ein paar habe ich auch im Keller. Manche Sachen passen mir einfach gar nicht mehr. Ich habe ja ganz viele Trikots, die passen mir einfach gar nicht mehr. Eigentlich fast alle. Mir passen eigentlich nur die neuesten Trikots, weil ich leider echt zugenommen habe, muss ich sagen. Aber es ist halt auch schwierig, die Zeit, die ich jetzt streame oder so, die war ich halt früher im Fitnessstudio. Da fehlen halt jeden Tag 1000 Kalorien oder so, die man verbrennt. Also nicht jeden Tag, aber vielleicht fünfmal die Woche oder so. Schon lange fix mit Radonjic? Echt? Okay. Radonjic wechselt doch laut Flo von Strickloge zu Juventus Turin. Stimmt, habe ich völlig vergessen. Habe ich völlig vergessen. Mukta, ich weiß gar nicht, warum den immer noch alle ins Gespräch bringen. Der hat doch gerade erst verlängert bis 2026 bei Nashville. Also hätte der jetzt nicht verlängert, hätte man sich das überlegen können. Vielleicht für die Achter-Doppel-Acht-Position. Aber was man sich eigentlich auch nochmal fragen muss, selbst wenn man Schimanski und Boetius jetzt nicht bekommt, ist es denn so krass dramatisch? Also ich meine, wofür haben wir einen Ekellenkamp eigentlich geholt? Also wann will man den, wofür haben wir denn 3 Millionen oder 3,5 Millionen für den ausgegeben, wenn man überhaupt nicht mit dem plant? Also eigentlich, finde ich, wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mal so einen jungen Mann zu integrieren. Und dann muss halt Suat Serdar mal wieder seine komplette Leistung abrufen, was er ja eigentlich kann. Und vielleicht Ekellenkamp so ein bisschen mitziehen, oder? Nee, Kalou spielt nicht mehr. Ich laufe mit einem Kunja-Trikot durchs Hotel, vermisse ihn so sehr. Ich auch, das schmerzt einfach nur. Der war ja auch, unabhängig davon, ist ja ein unfassbar krasser Fußballer, ist einfach wirklich unfassbar sympathisch. Aber das Krasse ist auch, das Krasse ist auch, was mir mal wieder eingefallen ist, wie man immer so sagt, ja klar, wir kriegen jetzt nicht mehr so einen Spieler wie Kunja, ist mir schon klar von dem Format. Aber eigentlich ist es auch eine völlig falsche Denkweise, wie wir bei jedem Spieler, gefühlt jeder Spieler kommt zu uns und floppt ja erstmal. Und dann sagen wir immer, ja, ist auch mega schwer in einer nicht funktionierenden Mannschaft und so weiter. Wir müssen dem Zeit geben. Jedem Spieler musst du Zeit geben. Aber ganz ehrlich, richtig, richtig guten Spielern brauchst du keine Zeit geben. Die sind trotzdem immer die Besten, auch in der Mannschaft. Kann sein, dass die dann irgendwann mal runtergezogen werden, so wie es bei Suat war. Da hast du nämlich von Anfang an gesehen, der ist einer der Besten bei uns. Oder einem Kunja, ja, wo alle scheiße waren. Der war von Anfang an, vom ersten Spieltag war der geisteskrank. Das ist eigentlich für mich manchmal auch ein absoluter Denkfehler. Das mal an der Stelle. Ekellenkamp wird abgehen bei Schwarz, wenn er im Zentrum eingesetzt wird und nicht auf dem Flügel. Ja, das ist ja nicht so ganz Sandro Schwarz überlassen, wenn wir jetzt so weitermachen mit unserer Flügelspieler-Politik und da kommt keiner mehr, dann könnte es schwer werden. Es sei denn, wir spielen dann mit Iyuko und Maolida. Aber wenn Maolida wieder nicht funktioniert, wir haben ja jetzt nur ein bisschen Hoffnung aufgrund des letzten Testspiels, aber das war gegen Viertligisten. Wenn Maolida jetzt wieder nicht gut spielt oder Dodi, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann landet Ekellenkamp wieder auf dem Flügel. Ja, Scalbert war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Mann für die defensive Organisationsstruktur. Der hat jetzt nicht so diese Einzelaktionen immer gehabt, aber der hat alles mit hinten organisiert. Der hatte ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel, war sehr laufintensiv, sehr zweikampfstark. Nach vorne ging da halt relativ wenig, auch von der Spieleröffnung, aber der war sehr, sehr wichtig für unsere Defensive. Muss man wirklich machen. Muss man wirklich sagen. Äh, Elia, grüß dich, mein Lieber. Dodi wird rechts gesetzt sein. Naja, also wenn der so weiterspielt, kann es auch sein, dass wir Maolida links und Iyuko rechts spielen lassen. Iyuko kann ja auch rechts spielen, der ist ja sogar Rechtsfuß. Der hat zwar meistens, spielt ja linker Flügel, um dann nach innen zu ziehen, aber der kann halt auch, kann auch die andere Seite, also die rechte Seite bekleiden. Und das würde dann natürlich auch gehen, ja. Das Gelbrett besser als Darida, finde ich, kann man nicht vergleichen. Also, auch wenn man es nicht so hören will, aber Darida ist dann schon ein deutlich offensiverer Spieler. Er ist jetzt für mich kein Zehner und auch gar kein Flügelspieler. Aber ich finde, dass Darida dann doch ein viel, viel offensiverer Spieler ist. Es gab ja auch ein paar Saisons, nicht nur bei Hertha, auch bei Freiburg. Da war Darida relativ torgefährlich, hat auch viele Vorlagen gegeben, auch auf der Acht. Ja, also, das ist ja überhaupt keine Position, die das Gelbrett bekleiden kann. Also, der Vergleich hinkt einfach so ein bisschen. Tja, Pantelic und Voronin war wirklich eine geile Zeit, wobei Voronin ja nur ein Jahr war. Gut, das war auch eines der krassesten Jahre, ja, das war das krasseste Jahr überhaupt, seit ich Hertha-Fan bin. Aber es ist, ja, es bringt ja jetzt auch nichts. Es ist natürlich immer schön, nostalgisch darüber zu sprechen, aber wir brauchen langsam mal wieder eine Saison, wo wir Spieler haben. Es war ja auch ein Kunja in der kurzen Zeit, wo er da war und hätte ja noch viel mehr werden können, wo man sagt, ey, endlich mal wieder Spieler, wo man sagt, boah, richtig geil, dass wir die haben, dass man sich so richtig freut, weißt du. Hammer Graphics, du geile Sau, danke für deinen Rate mit sechs Leuten. Ich hoffe, ihr hattet einen zauberhaften Stream bei euch hier am Mittwoch. Und ich habe es noch nicht geschafft, das Layout zu machen, siehst du ja leider. Leider, leider. Darida sollten wir auch in die Türkei schicken oder anbieten. Ja, scheinbar ist die Türkei an der Hälfte unserer Spieler interessiert, hat man so das Gefühl, ne? Kalou ist nach einem Jahr ohne Verein jetzt nach Djibouti zu dem AS Arta Solar. Ja, der Verein heißt wirklich so gewechselt. Welches Land ist das bitte? Rückwirkend hätten wir auch Brooks behalten sollen. Hat sich leider sehr gut entwickelt und wahrscheinlich besser als alle unsere IV. Ja gut, aber der wollte ja gehen. War ja jetzt nicht so, dass wir ihn unbedingt loswerden wollten. Und mit dem Gehalt von Wolfsburg kannst du halt auch einfach nicht mithalten. Muss man sagen. Schwarz hat wohl bisher die meiste Interaktion mit Dodi beim Training. Denke, er probiert auf jeden Fall, ihn hinzukriegen. Ja, muss er ja. Wenn wir ihn nicht verkauft kriegen, muss er ihn ja irgendwie hinkriegen. Und wahrscheinlich hat er auch die meiste, also habe ich auch gelesen im Berliner Kurier, wahrscheinlich hat er auch die meiste Interaktion oder die meisten Gespräche mit ihm, weil der taktisch einfach so schlecht ist. Ich glaube, das ist auch das, was man ihm am meisten vorbeifft. Fußballerisch kann der alles. Aber ich glaube, er hat auch ein bisschen so taktische Probleme. Vor allem gegen den Ball. Ich bin überzeugt, Bobic hat einen schweren Job, eine neue Mannschaft zusammenzustellen und gleichzeitig das Gehalt nach unten zu bringen. Du, der hat für mich den schwersten Job der Liga. Und dann noch einen Transferplus zu organisieren. Aber er hat halt auch in den ersten beiden Transferphasen mega viel falsch gemacht, was ihm jetzt teilweise auch auf die Füße fällt. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Es könnte sich jetzt noch zu einem Glücksgriff entwickeln, die Ex-Transfers von Michael Peepunkt. Sowohl Kunja mit einem dicken Plus verkauft. Jetzt, wenn wir Alderete... Ihr habt es ja gelesen, ja. Alderete, angeblich wollen wir für den 15 Millionen. Stell dir mal vor, wir kriegen wirklich 15 Millionen für den. Alter, was hat Michael Peep da für geile Deals eingefädelt, ja? Alter, was wäre das für ein Transferplus mit so einem Spieler wie Alderete? Das ist ja unfassbar. Djibouti ist das Land, liegt in Ostafrika und hat knapp unter einer Million Einwohner. Okay. Und die haben Geld oder was? Oder wie können die sich den leisten, den Kalou? Dodi ist und bleibt gelernter Stürmer, da gehört er auch hin und nicht auf Außen mit Defensivarbeit. Ja, aber wahrscheinlich wird er da wieder nicht eingesetzt werden. Er hatte auch schon bei uns ein... Ich glaube zum Beispiel... War das gegen... Naja, ich weiß nicht mehr, welche Spiele es waren. Aber der hatte bei uns auch schon gute Spiele im Sturmzentrum. Muss ich dir zustimmen, mein lieber Goldmann. Ganz ehrlich, mir wird oft zu negativ über die erste Dardai-Zeit geredet. Wir waren mit deutlich weniger Mitteln. Einmal Siebter und einmal Sechster geworden. War nicht immer schön, aber fand, mit der Mannschaft konnte man sich lange auch gut identifizieren. Ja, und das waren halt, was ich gerade gesagt habe. Dann gab es da so Abgänge, wie... Ja, irgendwann ist dann Ibizovic gegangen, Skelbed gegangen, Kalou gegangen. Es sind immer mehr gegangen aus dieser... Ja, das waren aber entscheidende Säulen aus der ersten Dardai-Zeit. Und die waren dann einfach nicht mehr ersetzbar irgendwann. Und wir haben nachgekauft, aber die Nachkäufe waren nicht gut. Hab gerade in FIFA alte Räte für 18 Millionen an Royal Antwerpen verkauft. Das ist ja... Das ist richtig Masterclass. Bin der, der dir gestern Abend den Transfer von Didavi geschickt hat. Wenn du dich noch daran erinnern kannst, ja, kann ich. Also, das ist auf jeden Fall Masterclass. Vor allem, dass Royal Antwerpen überhaupt 18 Millionen hat. Ja. Mann, Mann, Mann. Was sagst du zu dem Interview von Stark? Ja. Wir werden mal sehen, ob es bei Bremen... Es hat einer ja eigentlich ganz süffisant runtergeschrieben. Er hat sich ja... Ja, er war damit unzufrieden, dass es sieben Trainer in fünf Jahren gab. Was ich auch nachvollziehen kann. Ist ja auch nicht geil für Spieler. Aber Bremen hatte wohl fünf Spieler in den letzten... Äh, fünf Trainer in den letzten drei Jahren. Also schauen wir mal, wie glücklich er da wird. Nico meinte ja gestern, als ich mit ihm den Talk hatte, dass er in den ersten Testspielen von Bremen eher als Schwachstelle aufgefallen ist. Also schauen wir mal. Also bis jetzt muss ich sagen, dass ich zwischen Preetz und Bobic keine großen Unterschiede sehe. Ja, muss man dann nach... Also du kannst jetzt aber auch nicht elf Jahre Michael Peepunkt mit einem Jahr Bobic vergleichen. Dann müssen wir ihm schon mal die Zeit geben. Aber trotzdem... Trotzdem ist es natürlich so, dass Fredi Bobic in seinem ersten Jahr schon viel Scheiße gemacht hat. Dardai fand ich echt gut. Was mich an Dardai gestört hat, ist, dass er immer seine Söhne bevorzugt hat. Das fand ich jetzt wirklich gar nicht. Also Palco hat da ein paar Mal eingesetzt und hat da auch gemerkt, das wird nichts. Und Marton hat sich das doch verdient mit seinen Leistungen und mit seinem... Äh, mit seinem... Ja, mit seinem Talent. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Na, warte mal ab, Werder Bremen. Also ich würde jetzt nicht wegen ein paar Testspieler schon abschreiben. Das wäre ein bisschen zu früh. Warte mal ab. Vielleicht wird er noch richtig wichtig für euch. Niklas Stark. Für jedes Selke-Tor schreibe ich ein Dankesbrief an Preetz. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Kaminski hat wahrscheinlich damals das Darlehen vergeben für Niklas Stark, damit er sich die Wohnung kaufen kann. So ein Level ist es nämlich. In solchen... Der macht hier Private Equity und so einen Scheiß, ja. Aber er vergibt es. Ob ich diese Saison auswärts fahren will? Ja, werde ich auf jeden Fall. Also ich würde mal schätzen, dass die Wohnung mehr als 3 Millionen kostet. Einfach, weil das ist ja auch eine Dachgesch... Das ist so eine Wohnung, die haben die ja aufs Dachgeschoss raufgebaut. Drauf gesattelt. Würde ich mal schätzen. Das ist mit Fahrstuhl. Direkt am Kudamm näher. Kann schon sein... Also wie viele Quadratmeter waren das? 230. Kann schon sein, dass die irgendwie 12.000 bis 14.000 pro Quadratmeter kostet. Außerdem ist es noch so, beim Kaufpreis ist es oft so, dass die Quadratmeter nach einer anderen Bemessungsgrenze... Also da sind dann beim Kauf mehr Quadratmeter drin als jetzt bei einer Mietwohnung, weil du bei einer Mietwohnung die Terrasse zum Beispiel nur bis 50 Prozent... Also wenn du jetzt eine Terrasse hast von 10 Quadratmetern, dann darfst du die bei der Vermietung nur mit 5 Quadratmetern als Wohnfläche ansetzen, beim Verkauf aber mit mehr. Deswegen ist es wahrscheinlich sogar 250 Quadratmeter oder so. Kaufe ich aber nur, wenn die Vespa dabei ist. Ja, der verkauft die ja nicht. Das ist ja ganz klar. Aber mich wundert, dass er die Vespa nicht mitgenommen hat. Die Frage ist halt wirklich, wie ist er denn nach Bremen gekommen ohne seine Vespa? Das ist halt die Frage. Trifft Selke diese Saison dreistellig? Ja, bestimmt. Ganz bestimmt. Nachdem seine Frau das Kind rausgeballert hat, wie es... Wie heißt unser Freund? Wie ist Pannewitz immer zu sagen pflegt? Schauen wir heute die Hertha-Videos? Ja, auf jeden Fall. Machen wir gleich. Das Ding zahlt Elie Geller aus seiner Hosentasche, aber ganz safe, ey. Aber ganz safe. Kommst du auch nach Frankfurt, Tom? Ich kann so lange das im Voraus nicht planen. Das ist ja quasi im Januar. Ich kann dir nicht jetzt sagen, was ich im Januar zu tun habe, businessmäßig. Und für mich am Wochenende auswärts zu fahren, da ist ja mindestens ein ganzer Tag weg. Das ist sowieso mega schwer für mich lange voraus zu planen, weil ihr wisst ja, die Wochenenden eigentlich immer irgendwas an Besichtigungen ist. Sogar Frank Baumann lässt Bobic blöd aussehen dieses Jahr. Also bisher sind die Transfers von Frank Baumann nicht schlecht. Aber warten wir mal ab. Vielleicht sind ja die Transfers, die Bobic tätigt, auch gar nicht so schlecht. Ich will die jetzt nicht zu früh bewerten. Also ihr braucht mich jetzt nicht fragen nach Auswertfahrten. Dann riech mir doch den Arsch ab. Ich kann das so früh im Vorhinein eh nicht entscheiden. Das kommt auf ganz viele Faktoren bei mir an. Vor allem eben auf meinen Arbeitsfaktor. Und das kann ich jetzt noch nicht sagen. Eine Sache weiß ich, aber die sage ich nicht, wo ich hinfahre. Punk, also sage ich dann recht, ich werde es noch rechtzeitig sagen, aber ich sage es jetzt erst mal nicht. Punko Joki, danke für dein Stufe 1 Abo. Vierter Monat am Start. Abend an die Edelmänner und Damen. Auf die beste Community. So ist es, mein Lieber. So ist es. Was glaubt ihr eigentlich? Wer hat euch alle finanziert? Magst du Ravioli aus der Dose? Nee, eigentlich gar nicht. Also finde ich irgendwie richtig ab. Also ich habe die früher auch öfter mal gegessen, aber ich finde es irgendwie richtig ekelhaft. Ich weiß nicht warum. Irgendwie finde ich es richtig ekelhaft. Irgendwie habe ich davor einen richtigen Ekel. Dennis, du geile Sau. Danke für fünf Abmahnungen hier in die Runde. Bedankt euch mal bei Dennis für die fünf Abmahnungen. Ein Toast auf dich als Wester-Satwich-Make-up. Bäm. Danke dir, mein Lieber. Oh, meine Schulter. Ich glaube, meine Schulterverletzung ist weg. Ich kann endlich wieder trainieren. Ja, 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 ja. Du fährst zum DFB-Pokal-Halbfinale nach Offenbach. Wieso? Wer spielt da? Union oder was? Du, was glaubt ihr eigentlich? Wer hat euch alle finanziert? Bobic macht bisher doch sehr gute Arbeit diesen Sommer. Ich bin zufrieden und weiß nicht, was man bisher zu meckern hat. Ich würde einfach eine Transferphase nicht zwischendurch bewerten. Ja, ich würde die einfach danach bewerten. Und dann muss man auch erst mal gucken, wie die Spieler sich integrieren. Letztes Jahr habe ich natürlich sehr, sehr viel rumgemeckert. Und auch im Winter. Aber da war ja schon in der Trans... Also nachdem die Transferphase abgeschlossen war, ersichtlich, dass es scheiß Transfers waren. Also einfach von den Leuten, von den Positionen, die wir geholt haben. Und von deren Vergangenheit. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Aber dieses Jahr müssen wir erst mal warten. Es wird auch viel darauf ankommen, wie gut kriegt er Leute verkauft. Auch das zählt dieses Jahr zu einer guten Transferphase. At home, Ben, Alter. Danke. Auch nochmal fünf Geschenkabos hier in die Runde. Ihr seid aber heute auch wieder großzügig. Ein Toast auf dich als Westworld-Satwich-Maker, du geile Sau. Tom, klärst du mir einen Termin bei Abbas Venezia? Brauche den Andi Menger herkert. Den müssen wir uns alle machen als Community. Um Gottes Willen, ey. Wie soll ich dir da einen Termin klären? Du meintest doch, das kostet nur 12 Euro. Man muss da anrufen. Philipp Holler, danke für dein Stufe 1-Abo. Siebter Monat am Start. Ein Toast auf dich als Westworld-Satwich-Maker, ihr geilen. Soje, horny pigs. Meinst du, Toro Nariga könnte doch bleiben, falls Boyata verkauft wird? Also wenn wir Boyata und Alderete verkaufen, könnte ich mir schon vorstellen, dass er bleibt. Ich habe ja damit gar nicht gerechnet, dass Boyata wirklich gehen wird. Noch ist es ja auch nicht fix. Ich habe heute nur gesehen, es haben auch viele geschrieben, dass Boyata heute auf keinem Trainingsfoto oder so zu sehen war. Müssen wir mal schauen. Achso, Philipp Holler, übrigens schon acht Monate insgesamt. Sorry, sorry, dass ich nur sieben gesagt habe. Kurz vor dem doppelten DFB-Pokal. Wenn die Saison normal verläuft, brauchen wir 40 Spieler bei all den Verletzungen. Ja, vielleicht sollte man sich irgendwann, na gut, das bei den Sona war ein Schlag aufs Knie, aber bei diesen ganzen Muskelverletzungen irgendwann auch mal Gedanken über die medizinische Abteilung machen. Wäre nur mal so eine Idee. Oder über die Trainingssteuerung. Was meintest du zum Angemenger-Haircut? Er schneide ich mir eine Glatze, als mir diese Frisur zu gönnen. Dieser neue Deckel beim Gut und Günstig so rotzelt. Ey, das ist auch wirklich mal eine Frage. Warum haben die das gemacht da? Ich trinke ja immer dieses, ich weiß gar nicht mehr, was es jetzt kostet. Früher hat es immer 19 Cent gekostet. Dieses Wasser von Gut und Günstig, diese Stille, das mag ich eigentlich. Und die haben jetzt irgendwie so einen Deckel, den macht man so auf. Und ich verstehe den Sinn nicht, weil ich jedes Mal, wenn ich das aufmache, mir irgendwo Wasser hinschütte. Jedes Mal. Und ich glaube irgendwie einfach, dass es irgendeine, vielleicht, keine Ahnung, soll das nachhaltiger sein, weil man die Deckel dann nicht einfach irgendwo durch die Gegend wirft oder so, sondern dass es mit der Flasche zurückgegeben wird. Ich kann es euch nicht erklären. Hat jemand von euch eine Dauerkarte, Oberrang, 40, 1, Nähe, Reihe, 3, Sitz, 10? Also ich nicht. Hertha hat ein Video oder eine Story gepostet, wo er zu sehen war. Das war von heute, ja? Also Boyata meinst du bestimmt. Kennst du ja Tana, die nach England fahren, zu den Testspielen? Eigentlich, was ist denn? Dennis, bist du noch da? Dennis, du geile Sau. Also nicht Dufner, sondern der andere Dennis. Ihr wolltet doch nach England fahren, oder? Fahrt ihr jetzt nach England? Zu den Testspielen, beziehungsweise zum Trainingslager? Oder wo fahrt ihr hin? Ist aber wirklich so, muskuläre Probleme sind es übel oft bei Hertha-Spielern. Ja, das kann einfach nicht sein. Wenn du jetzt wirklich mal über so lange Zeit gehst, also wirklich, das ist unfassbar langer Zeitraum, wo wir überdurchschnittlich viele muskuläre Verletzungen haben. Das war ja schon unter Dardai damals viel so. Da dachte man noch, das liegt vielleicht an Dardais Trainingsweise. Reiß den Deckel ab. Ach, System gedribbelt, Alter. Also Plastikreduktion verstehe ich, aber praktischer ist es auf jeden Fall nicht. Sage ich euch ehrlich, wie es ist. Es nervt übertrieben. Vor allem, ich habe auch diese kleinen 0,5 Flaschen, hole ich mir immer von denen, weil die gut fürs Auto sind. Und da schütte ich mir jedes Mal, wenn ich diesen scheiß Deckel aufmache, was über meine Hose. Was sagst du zur Kausa Lewandowski? Ich sage nur das, was ich gestern im Stream mit Nico auch gesagt habe. Wenn Uli Hoeneß und Rummenigge noch da wären, wäre das nicht passiert. Das sage ich dazu. Warum war Dufi auf dem Bild bei Juke? War Fredi361 bei seinem Lieblingssport in den USA wieder? Nee, Fredi ist im Trainingslager mit dabei. Ah, du machst den Rasen im Felizio Reporter vor Ort. Sehr geil. Also Dennis ist wirklich krass. Das ist mal Support, Alter. Da musst du auf jeden Fall Videos mir senden. Wenn er Jorke kommt, sollten wir Selke Straßburg schenken und Darida gleich mit. Ja, einfach als Tausch. Die Frage ist, ob sie dann sagen, nee, dann nimmt ihn lieber kostenlos. Dennis ist im Mannschaftshotel. Aha, aha. Wenn es dir so gut geht, dann miet du doch die Wohnung von Niklas Stark an. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt, außer ihr habt noch ein paar Fragen, wir gehen jetzt gleich mal rein in die ganzen Videos, die wir noch nicht gesehen haben, von HerthaTV und ich hole mir noch mal kurz meinen Snooze und dann geht es auch schon ab hier. Die Schmitzkatze. Die Schmitzkatze. Eine Sache wollte ich euch noch sagen. Eine Sache wollte ich euch noch sagen, beziehungsweise mitteilen. Ich habe wieder, ich habe endlich, also vorher gab es es nur, wenn man irgend so ein Sky-Abo hat. Mir hatte auch irgendeine Freundin von Nali die Zugangsdaten für ihr Sky gegeben, aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen, das bei uns zu machen. Und jetzt endlich kann man die neue Dexter-Staffel, die ja schon seit einem dreiviertel Jahr draußen ist, New Blood heißt es, glaube ich, kann man sich reinziehen, also man kann die kaufen auf Amazon. Und ich habe jetzt noch mal vor ein paar Tagen, ich glaube Sonntag oder so war es angefangen, weil ich habe die ja alle, diese Dexter-Staffeln, habe ich mir irgendwann mal gekauft. Und jetzt habe ich angefangen, noch mal alle Dexter-Staffeln von vorne zu gucken. Und ich kann euch nur sagen, es gibt wirklich sehr, sehr viele geile Serien. Aber es ist ja auch Geschmackssache, aber das ist für mich die beste Serie, die ich kenne. Und ich finde auch Game of Thrones krass, ich finde Breaking Bad geil. Es gibt so viele geile Serien, aber ich finde Dexter ist einfach die beste Serie überhaupt. Der gibt so geile Charaktere, die haben, obwohl das eine Serie ab 18 ist, die ultra brutal ist und teilweise auch abgespaced, haben die immer Humor mit dabei, geile Dialoge. Es ist einfach eine, es ist wirklich für mich die beste Serie einfach. Es ist für mich, also es ist ja Geschmackssache, aber für mich ist es einfach die beste Serie. Und ich finde es richtig geil, das gerade wieder zu gucken. Allein das Intro von Dexter ist eine 10 von 10, ja, ja, safe. Safe. Meine Familie würde nie mit mir den Urlaub im Trainingslager verbringen, Respekt. Ja, okay, da würde Nali mich auch, da würde sie sagen, Alter, kannst du alleine in Urlaub fahren und zwar für immer, weil ich hau ab. Aber ist ja auch nicht schlimm, man kann ja jetzt nicht immer allen Leuten alles aufzwingen. Sie zwingt mir ja auch nichts auf. The Walking Dead finde ich gut, aber es waren mir irgendwann zu viele Staffeln. Ich fand einfach nur die Staffel am besten hier mit Negan. Die fand ich am besten, aber jetzt, wenn ich so alle Staffeln, es ist einfach, ich liebe einfach Dexter, ja. Es ist einfach meine absolute Lieblingsserie. Leute, ich hatte Prime, habe, habe Netflix, werde demnächst kündigen und ich habe seit neuestem Disney Plus und ich sage euch ehrlich, kann ich dir empfehlen, okay? Ach, ich bin zufrieden mit den beiden Abos, die ich da habe. Weil mit Amazon kannst du ja so viel mehr machen, du hast ein Prime Abo, du kannst kostenlos Sachen bestellen, die am nächsten Tag da sind. Ich finde, von Amazon hast du eigentlich am meisten. Auch wenn die jetzt nicht ganz so viele Sachen haben wie Netflix, aber ich finde, davon hast du am meisten. Dexter noch nie gesehen, hol jetzt mal nach. Hol jetzt mal nach. Narcos habe ich geguckt, aber irgendwann, also die erste Staffel fand ich war am besten und es wurde dann immer schwächer. Und Narcos ist cool, aber es nervt mich dann auch irgendwann die ganze Zeit diese Untertitel zu lesen. Und ich finde Dexter einfach viel, das kann man auch überhaupt nicht vergleichen, aber Dexter finde ich einfach geiler. Bin kein Serienfreak, dauert mir zu lange. Ja, aber Dexter ist genauso wie Breaking Bad, musst du dir vorstellen. Die haben, du kannst einfach nicht, das macht ultrasüchtig, diese Serien zu gucken, weil die haben jede Folge so einen übertrieben geisteskranken Cliffhanger. So immer am Ende passiert irgendwas. Das ist bei Breaking Bad und bei Dexter genau gleich, so während der Folge. Nicht, dass es langweilig ist, aber da passiert jetzt nicht so viel, wo du denkst, wie geht es jetzt weiter. Und dann ganz am Ende, letzte Sequenz, passiert immer was. Da musst du immer weiter gucken, das haben die schon sehr krass gemacht.